Der Kampf der Gladiatoren kehrt auf die Straßen von Rom zurück, wenn die ABB-4-Formel-E-Meisterschaft zur siegten Runde zusammenkommt. Aufgrund des neuen Zeitformats ist die Sammlung von Echtzeitdaten und die Softwareanalyse besonders wichtig, wenn die Teams ihre Energieeffizienz für eine der längsten Strecken der Saison perfektionieren. Mit der neuen Formulierung fahren wir 45 Minuten plus 1 Lamp. Wir müssen uns anschauen, ob wir noch einen Lamp oder weniger Lamp machen können, als wir bereits simuliert haben. Die Ratsstrategie ist tatsächlich in realen Zeit. Man muss immer wissen, wo der Lieder des Rats ist, denn wenn er die Länge in 44 Minuten und 58 Sekunden crosst, ist das ein extra Lamp. Und man hat nicht die Energie, um es zu tun. Die Pioniere der Technologie kommen zusammen, wenn die Serie der Zukunft am Samstag die antiken Straßen von Rom unsicher macht.